Ah, sowas packt mich emotional immer wieder, Alter, so ne Scheiße. Vor allem, wenn man halt mehr als nur diese Szene im Kopf hat, was es gezeigt wird, sondern den Rest halt auch vom Anime. Wir haben die Freunde von der Stadt zu gehen. Willst du dich suchen? Heute wird es eine Wälder. Bitte zurück, bis zum nächsten Mal. Durchsuche Arbana. Neues Ziel. Habe ich das da aktiviert? Scheibenbar. Oh, da. Oh, Chopper und Chopper. Die Lim wirkt immer so emotional. Oh, da. Oh, Rufi. Oh, du hast dich gekommen? Ich weiß nicht. Ich bin sofort zurück. Lust, ob der Gruppe beigetreten? Chopper, der Gruppe beigetreten. Dass sie sowas immer anzeigen müssen, ey. Ich denke mir persönlich auch immer, ich meine, du weißt doch, dass sie dabei sind. Warte mal, Karte muss ich nur auf meine Tastatur drücken. Wo sind die anderen? Hä? Äh, äh, okay. Hallo, Zoro. Oh, Rufi, oder? Ich werde wieder zurück in die Kirche, oder? Ich bin sofort weg. Er hat sich doch schon wieder verlaufen, Alter. Was geht mit dir? Ist da irgendwas drin? Warte mal, jetzt kann ich doch was kaufen, oder? Nichts abbekommen, weil die so dann der König Herminien mit Zähnen und Klauen verteidigt haben. Ich möchte ihnen danken. Bin mir gar nicht ganz sicher, was ich ihnen schenken soll. Ihr könntest mir was verkaufen, wenn das schon im Laden ist. Ah, da ist die... Oh, die Nami handelt schon, oder? Da war niemand außer der Speicherpunkt. Da konnte man nicht hin, dann, ne? Weil da die ganze Zeit die Kämpfe waren. Gut, eigentlich standen wir uns ein paar Pfeifen im Weg rum, das war's dann auch schon. Halskette-Verteidigung. Wow. Mit der Halskette ist ja gar nichts. Aber, Alter, Alabaster haben sie auf jeden Fall halt einfach viel zu lang rausgezögert. Das Ganze. Was ist da los? Sanchi, du, Aufreißer. Es ist noch Zeit, Ruhi. Die Frauen sahen nicht so sehr bedrückt aus. Sei nicht traurig. Wie konnte er uns nur zurücklassen? Wo ist dein Nachtisch denn, der uns versprochen hat? Du hast so einen süßen Zahn. Ah, deswegen waren sie so hinter ihm her. Nachtisch. Wir haben halt auch Ace nie wieder gesehen. Hey, ich bin Ace, ich bin hier. Und, oh, schön dich zu sehen. Oh, hey, ich bin wieder weg. Fertig. Wahrscheinlich ging das ganze Budget in Alabaster ging für das Ding drauf. Ging für diesen Kampf gegen Crocodile drauf. Wobei ich die Idee natürlich mit diesen Sandstürmen schon ganz cool fand. Ich glaube, das ist so. Okay, aber das ist okay. Ist das so? Warum? Warum? Ich glaube, wir haben alle wieder zurückgezogen. Ja. Das ist auch so. Hier im Sanchi, wir haben Chopper fehlt uns noch. Und die Robin. Wo die Robin ist, wissen wir doch sowieso alle. Wenn sie nicht irgendwas archäologisch untersuchen kann, dann... So, Siren. Willst du gehen? Ah, so. Wahrscheinlich habe ich Chopper irgendwo übersehen, weil das so ein kleiner Fratz ist. Stimmt, ich hatte Chopper nicht. Das haben sie dann schon gut geplant, dass die alle weg sind. Weil dann muss ich oben rum gehen und da war dann der Zorro. Da ist sie doch. Luffy. Luffy. Er hat mich zu erinnern. Ich bin okay. Komm her. Komm her. Ich... Stehe. Komm her. Damit wir kommen, die Robin. Jetzt werden wir durch die Abfahrt gehen. Es ist zuerst so ein großer Schöpfchen. Dann ist das so. Wann ich hoffe, ich werde jetzt noch mit dem Arabaster getrunken? Ich werde auch mit dem Arabaster live drehen. Ja. Alles gut, ich werde dir mit ihr kümmern, bitte. Wow, ich habe ganz vergessen, dass ich Chopper erst schon dabei habe. Okay, dann haben sie das nicht gut geplant was ich gedacht hab. So, schauen wir mal was abgeht. Paket beginnt, bitte kommt schnell rein. Stimmt, die Robin konnten wir ja schlecht mit dem Palast nehmen. Der ausschaut wie irgendeine Bude. Witzau. Bibi, du hast du viel. Wenn du alles mit dem Luffy bist, dann wird es alles mit dem Luffy zu essen. Soll das, ich werde es mit dem Luffy zu essen. Kauho, du hast du schon gesagt. Ja, du bist okay? Danke. Ich habe etwas, wie ein Problem. Wir haben endlich wieder zurückgebracht, das Land der Abbassta. Ich habe mich nicht so gut, sondern ich kann mich nicht so gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich bin so glücklich und bin da, dass ich mich nicht so gut bin. Ah, das ist doch schön! Ich glaube, es ist richtig. Aber ich bin nicht so glücklich, dass ich mich nicht so gut bin. Ich bin so glücklich. Das ist auch mein Gefühl, dass ich nicht so glücklich bin. Ich habe meine Beleidung Ich habe meine Beleidung Ich bin Ich bin auf jeden Fall Ich bin Ich bin wie soll ich Ja, ich bin ein sehr wichtiges仲間. Das ist das, dass ich mich mit Vivi befinde. Wenn ich jetzt bin, dann kann ich es gut sein. Ich denke, es ist ein bisschen langer. Ich habe es nach dem N�ohana an geholfen, um die N�ohana zu warten. Vivi, jetzt werden wir mit uns zusammenkommen. Wirklich? Wir werden mit uns zusammenkommen? Ja, ich wollte es hier, aber es ist das die Welt des記輪es. Es ist aber nicht so, dass es die Antwort nicht verändert. Das wäre schon cool gewesen, wenn die Vivi dabei geblieben wäre. Die hat schon echt gut dazu gepasst. Das könnt ihr euch gut zu sehen. Und wenn wir den Namen, die wir auf den Namen herhenden. Ja, wir müssen auf den Namen herhenden. Was ist das, Luffy? Ich habe das vergessen. Ich mache das aus. Wir werden mit den Namen herhenden. Hüi. Du brauchst doch Kopfgeldjägerle. Du kannst auch gehen, oder? Du kannst ja auch gehen. Ja, Kari. Du kannst ja... Was hast du denn? Du kannst ja auch sagen, was du? Dass du... ... oder was du... ... wie du... ...debliebenschen? Das war's für heute. Die Strohhütte verlassen Arbana und gehen nach Nanohana, wo die Flygenlämme auf sie wartet. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss da selber hinlaufen oder so. Gut, ich könnte mich ja porten, aber wer weiß, was die sich ausdenken nach dem, was da teilweise schon eins war. Ja, aber das war auch so, dass es auch sehr schwer ist. Nanohana, wir haben den Krokodil auch gut geholfen, und so haben wir diese große Kube bekommen. Ja, aber das wird dann, weil wir die Viby und die Viby verletzen. Ich finde es auch gut, dass sie die Ges... Meine Milliarde Barry, ja. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Warum geht jetzt hier so viel rum, alter? So, Marina ist weg. Alter, dieses Himmelsdinger hat sich ja richtig gut ausgeschaut. So, ist das, dass ihr euch da seid? Es ist schwierig! Nein, warum! Mein Mann hat sich gerade anders! Aber das ist eigentlich nicht so. Los geht's auf, Luffy. Ich musste es warten. Immer wieder! Die Frage! Die Frage! Die Frage! Ich bin gespannt! Das war's für heute. Aber wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns wiedersehen, dann können wir uns noch ein paar Freunde! Könnt ihr jetzt mal aufhören mit diesen ganzen Szenen, die machen mich emotional kaputt. Ey, ich geb's zu, ich bin weicher in der Richtung. Ich war mir erst nicht sicher, wie das alles laufen würde. Konnten wir wiedersehen, das war ein gutes Abenteuer. Was ist mit dir, Ruffy? Ich habe das Gefühl, dass ich meine verlorenen Kräfte zurückbekommen habe, nachdem wir das Problem in Alabaster gelöst haben. Wie wir es genauso optimistisch wie immer. Ich bin froh, dass wir sie wieder gesehen haben. Eine Reise durch Erinnerung. Vielleicht ist es auch gar nicht so schön. Das war kein Zuckerschleck, aber ich bin froh, dass ich Karu wieder gesehen habe. Man, die Erinnerung noch mal zu erleben ist genauso anstrengend, wie es damals im echten Leben war. Bist du fertig? Okay, dann gehen wir. Okay. Was ist das? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Machen wir kurz mal was schauen. Äh, wo war denn jetzt das? Ne, hier war das. Geht jetzt zum Graben halt der Könige? Oh, da gibt es nochmal zwei Videos. Geht jetzt. Geht jetzt zum Graben. Ja. Cool. Und das letzte? Ja. 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 Ich habe auch etwas Gefühl, hier. Ich glaube, das war so gut. Was für ein halbes Tag? Es gibt einen langen Zeitpunkt in Memoria. Okay, ich habe auch noch eine Nachfrage. Ich habe eine große Kube gefunden. Wenn du bereit hast, lass uns gehen. Lass mich auf. Was ist das? Ich habe einen Scheiß. Was ist das? Das ist doch nicht so eine Anwendung. Töpfer, mach dich mal! Oh? Ich weiß es. Ich denke, es gibt eine Art von diesem Land, aber ich glaube, dass ich nicht mehr so kann. Ich kann nicht mehr so? Du bist nicht mehr so? Ich bin mir so gut. Ja, dann kann ich es an Rimm-San. Rimm-San haben wir, woher du ging? Ich bin hier. Sehr schön. Das ist ein Mucachic-Gongesetz. Das ist ein Gerät für die Informationen. Der Name ist Mukchee. Und dann? Was ist Mukchee-Gongesetz? Ich versuche es. Das ist großartig. Was ist das Grund? Ich sage es. Es gibt die Mucachic-Gongesetz. Ich weiß nicht, ob ich es nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht. Die Wahrheit ist, dass es nicht einmal aus dem Weg ist. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so fühle. Die anderen haben es auch so gesagt. Dass diese Gerät ist, was ich nicht? Ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr so fühlen. Ich kann nur die zwei Flecken nicht verwenden, um die zwei gedrehen. Was ist das Gefühl, dass ich das 4-mal für eine Einschränkung habe? Ich glaube, dass ich das 4-mal für eine Einschränkung habe. Wenn ich das 1-mal für eine Einschränkung habe, kann ich das nicht sagen. A-Law? Wenn ich das 4-mal für eine Einschränkung habe? Robin kann nur den Tongenerator bedienen. Im Tavernum im Lager kannst du die Accessoire-Generator benutzen. Verschmilzt zwei Accessoires, um noch ein stärkeres zu kreieren. Musst um leeren Effekte-Plätze verfügen, um verschmolzen zu werden. Platz am Accessoire gesperrt. Er erhöht die Stufe von Robins Feldfähigkeit Verschmelzung, um ihn freizuschalten. Ah, es gibt drei mögliche Ergebnisse beim Verschmelzen von Accessoires. Fertig, Erfolg und Triumph. Die bei der Verschmelzung übernommenen Statuswerte ergibt ein Verschmelzungsergebnis, aber bei einem Triumph werden doppelt so viele Werte übernommen. Beim Verschmelzen wird das absorbierte Akt. War verbraucht, lila Accessoires sind äußerst wertvoll und können nur als Ausgangs-Accessoires verwendet werden. Auch wenn ein Accessoires mit mehreren Effekten absorbiert werden, kann nur einer der ursprünglichen Effekte übernommen werden. Effekte als Verschmelzung können im Yosai-Laden entfernt werden. Okay. Erinnere nach der Party mit Adjo. Können nur zwei ausgebildete Leute bedienen, Robin. Ich kann 100 Arme machen. Los geht's. Okay. Also ich kann da einfach dann mehr drauf machen. Mache ich so? Und dann nehme ich einfach das da und kann dann die LP mit drauf schmeißen, oder was? Kann ich dann mehrere Angriffsdinger auf eins schmeißen? Probieren wir einfach mal eins. Stimmt, wir haben diese billige LP-Halskette. Und wir haben dieses Mum 81. Nee, wir machen schon das da. Der Schickes Kraft ist ja auch bloß LP. Erfolg. Und Mum ist aufgestuft worden. Und LP auch. Ah, okay. Und das kann ich dann nicht nochmal verwenden. Geil. Dann kann ich Stärke-Angriffsdinger noch höher machen oder so. Oder Verteidigung und Leben mit dazu schmeißen, damit das alles besser wird. Das ist nicht schlecht. Nein. Warte mal, ich hab's wohl nichts bekommen, oder? Hm. Äh, Party schmeißen. Also die Hälfte der Zeit im Spiel hatte Ruffy immer dasselbe in der Hand. Zwei Fleischklotz. Er Klötze. Adio ist wie in der Halskette. Okay. Alle, sind wir bereit? Ah, ich glaube, ich bin mir nicht mehr in der Halskette. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr in der Halskette. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr in der Halskette. Äh. Dann bedanke ich mich an der Stelle, wo ihr fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von One Piece Odyssey. Wir sind jetzt halt schon bei 10 Stunden. Wir haben jetzt ein Drittel vom Spiel schon durch. Es geht halt ungefähr 30 Stunden. Und wir haben halt nur Alabaster geschaut. Es gibt dann noch drei große Gebiete und noch den ganzen Rest der Insel. Krass. Also, macht's gut und servus. Untertitelung des ZDF für die Übersenbeinland. Untertitelung des ZDF, 2020